Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Mein Name ist Martin und ich werde dir heute den Unterschied erklären zwischen good und well. Ja, zum Einstieg habe ich wie immer eine kurze Frage an dich. Und zwar dieses Mal, welcher Satz ist richtig? Ich habe hier zwei Sätze für dich. Erstens, ist dieser Satz hier vielleicht richtig? If you are having a good day, then your day is going well. Oder ist dieser Satz hier richtig? If you are having a well day, then your day is going good. Und jetzt in den nächsten Minuten schauen wir uns das im Detail an und am Ende gibt es wieder wie immer die Auflösung zu dieser Eingangsfrage. Also bleibt bis zum Ende dran. Schauen wir uns als erstes das Wort good an. Und good verwendet man immer, um ein Substantiv zu beschreiben. Also bei einem Substantiv beschreibt man einen Gegenstand, ein Tier, einen Menschen etc. näher. Also es geht immer um Hauptwörter, um Nomen, die man beschreibt mit dem Wort good. Beispielsätze. Erstens, it's a good presentation. Also good bezieht sich hier auf die Presentation, auf die Präsentation, auf ein Hauptwort, auf ein Substantiv. Daher verwendet man das Wort good. Genauso auch bei diesem nächsten Satz hier. Did you have a good time at the party? Und good bezieht sich eben auf time. Das ist auch ein Substantiv, ein Hauptwort. Did you have a good time? Hingegen das Wort well, das bezieht sich immer auf ein Verb. Es beschreibt ein Verb, ein Tätigkeitswort näher. Wie in diesem Satz. He presented the topic very well. Also well bezieht sich nicht auf das Substantiv topic, sondern auf presented, auf das Verb. He presented well. He presented the topic very well. Genauso auch bei diesem nächsten Satz. The party was organized well. Allerdings muss man hier aufpassen. Well stimmt, weil es bezieht sich auf organized. Allerdings. Bei bestimmten Wörtern, wie eben bei organized, da schreibt man das Wort well nicht nach dem Wort, sondern bereits vorher. Also ganz korrekt heißt dieser Satz, the party was well organized. Also well organized sagt man im Englischen. Und genauso auch bei diesem nächsten Satz. It was time well spent. Also nicht it was time spent well, sondern it was time well spent. Und es gibt eben so gewisse Wörter, wo man das well immer vorne schreiben muss. Well organized, well spent. Das muss man einfach auswendig lernen. Dann allerdings gibt es noch eine zweite mögliche Verwendung für das Wort gut. Und das Wort gut kann nämlich auch in Verbindung mit einem Verb benutzt werden. Allerdings auch wieder, um ein Substantiv zu beschreiben. Also benutzt gut und ein Verb, um gemeinsam ein Substantiv zu beschreiben. Und das ist vor allem der Fall bei diesen sechs Verben. Erstens einmal mit be, also sein, in allen Formen, wie I am, you are, he, she is, etc. Und bei den Wörtern feel, look, sound, smell und taste. Und man sieht hier schon, diese fünf Wörter beziehen sich alle auf die fünf Sinne. Feel, look, sound, smell und taste. Wenn man diese Verben verwendet, dann muss man immer good verwenden und nicht well. Schauen wir uns zwei Beispielsätze an. Erstens einmal mit dem Wort be, mit sein. Your English is good. Also is good bezieht sich auf English. Es beschreibt das English näher. Your English is good. Und würde man jetzt sagen, your English is well, wäre das falsch. Es heißt richtig, your English is good. Genauso auch im nächsten Satz. Korrekterweise muss es heißen, that dress looks good. Und nicht, that dress looks well. Weil wir look verwenden. The dress looks good. Es gibt auch eine zweite mögliche Verwendung für das Wort well. Und zwar, man kann damit ausdrücken, dass etwas gut, dass es einem gut geht im Sinne von, man ist gesund. Und man beschreibt damit ein Substantiv. Das ist die einzige Ausnahme, die es gibt, wo man well verwenden kann, obwohl man ein Substantiv beschreibt. Wenn man sagt, dass es einem gut geht, dass man gesund ist. Beispielsatz, I'm very well, thank you. Oder, she asked about his illness and I told her he is well now. Allerdings hätte man hier bei beiden Sätzen auch das Wort gut einsetzen können und es wäre genauso richtig. Also Achtung, I'm good ist genauso richtig wie I am well. Man kann hier beides verwenden. Also zum Beispiel können sich zwei Leute treffen. Der eine fragt, how are you doing? Der andere sagt, I'm good, how are you? Und man sagt dann, I'm well, thanks. Also der eine kann sagen, I'm good, der andere I'm well, beides ist richtig. Und jetzt kommen wir zu unserem Quiz. Wie immer, ich habe hier sechs Sätze für dich, wo jeweils das Wort good oder das Wort well fehlt. Schauen wir mal, ob du das richtig einsetzen kannst. Did you do on your exams? Was würdest du hier verwenden, good oder well? Und es bezieht sich hier auf das Wort do, also auf das Verb, auf das Tätigkeitswort. Daher verwenden wir well. Did you do well on your exams? Nächster Satz. That's some advice. Und dieses Mal bezieht es sich auf Advice, also auf das Hauptwort, auf das Substantiv. Wir verwenden also good. That's some good advice. You speak English. Und hier aufpassen, es bezieht sich nicht auf das Wort English, sondern auf speak. You speak English well. I feel. Und das war jetzt hier dieses eine, eines dieser fünf Beispiele mit den fünf Sinnen. Also feel und good beschreiben das Wort I als Substantiv, also I feel good. I don't know him very. Und hier bezieht man sich auf know, auf das Verb. I don't know him very well. Und schlussendlich, sounds to me. Und auch sounds ist eines dieser fünf Wörter, das sich auf die fünf Sinne bezieht. Und deswegen sagen wir sounds good to me. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt und bei der Einstiegsfrage. Was würdest du hier wo einsetzen? Wo würdest du good und wo würdest du well einsetzen? If you are having a day, then your day is going. Und das weißt du jetzt sicher bereits. If you are having a good day, then your day is going well. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann bitte vergiss nicht, mir einen Daumen hoch zu geben, den Kanal zu abonnieren und schau dir auch hier neben mir eingeblendet die Playlist an mit ähnlichen Videos wie das heutige. Und dann wünsche ich dir viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir ein paar Mal. Vielen Dank.